Darf ich mal kurz was fragen zu diesem Teamspeak? Ja. Was ist der Channel Mikasa tötet Ehren? Klick mal den Channel da drüber einmal an. Mistüberherde. Oh mein Gott! Oh mein Gott, warum scrolle ich runter? Oh mein Gott! Warte, kann man runterscrollen? Ach du Scheiße! Runterscrollen? Oh mein Gott, da gibt es ja noch mehr! Oh nein! Oh nein! Ach, die hat auch ein! Ja? Aber die erste ist noch keine Hot, Alter. Also da würde ich sagen, dass du dir nicht mal anmerkst, dass das mal ein Mann war. Also das heißt auch, dass das mal ein Mann war. Vielleicht ist ja der Schniedel neu. Das merkt man halt auch nicht dann. Okay. Können wir dann starten? Ja, lass mal bitte einfach starten. Also ich bin ready. So viel zu den Erfahrungsberichten im Chat. Auf geht's. Ich will auch sehen. Nein, willst du nicht? War das eigentlich Absicht, dass du die Teams so gemacht hast? Nein! Oh, Bro! Es ist so nervig. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Jetzt macht's bereit, ihr Schweine. Fabo zum Beispiel. Nee. Und ich wundere mich schon, warum die ganze Zeit Basta angefochten ist. Natürlich, weil die Teams einfach mal... Angefochten? Ja, also egal, ganz ruhig. Brauchst nicht den Bildschirm ansprungen. Aber darf er, wenn er will? Darf er so? Das machen wir in zwei Wochen. Nachdem ich die jungen Damen gesehen habe, du... Oder Herren? Was sind's jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das weiß man nicht. Also ich würde ja nach wie vor sagen, das sind Damen. Oh, oh, oh. Und das waren mal Herren. Oh, oh, oh. Warum hast du das fest? Äh, aber ich weiß nicht, ist das... Ist das schon so... Funktioniert das schon so richtig gut, so ein Schniedel? Echt? 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 Also... Also so ein Chirurg meinte mal, es ist einfacher ein Loch zu buddeln, als ein Turm zu bauen. Zu dem Thema. Ehrlich, das klingt mehr, als hätte das ein Bauingenieur gesagt. Nee, das ist so wirklich nicht so... So wirklich nicht so einfach, einen Schniedel zu machen. Du meinst ein Phallus-Symbol. Das ist ja kein Symbol, wenn es einer ist, ne? Das ist jetzt die Frage, ne? Und Definitionssache, würde ich sagen, ne? Fabo ist nicht so gut im Definieren. Der kleine Fettsack. Hallo! Ich nenne das Masse-Phasen. Agathe hat wieder gezauert. Der kleine Fettsack. Ich bin... Ich habe eine durchschnittliche Körpergröße. Ich habe schon heute den Film überlegt. Das ist doch gar kein Bock, Mann. Oh, oh. Beim wachen Benno, da kracht es. Ja, alles kracht. Weißt überhaupt nicht, was ich hier brauche. Man sieht auch gar nicht, welche Welt vom Wachen, wenn du willst. Hör doch auf jetzt. Ich bin doch am Lernen. Ey, ich habe gedacht... Ja, hör doch auf, ey. Lass mich machen hier. Ich habe gedacht, ich gucke zwei Videos von dir und weiß, wie das geht. Aber... Der guckt zwar im Falschen. Das denken sie halt immer alle. Denken immer, ah, der Kurt, Digga, der ist so kacke. Ich hole den weg. Dann kommt Donnerstagsrande, wenn rasiert. Das ist jedes Mal so, ey. War noch nie anders hier. Da kippt gar nichts weg. Ich habe ein Seil gemacht. Darum erkennt man die Profis. Das ist besser. Deine Windtubinen brauchen ein bisschen mehr Wind. Kann das sein? Guck auf dein eigenes Scheiß vor Ort. Ich kann mir doch nur helfen. Ja, danke. How to Content. Ich wollte ja nur helfen. Man sieht aber auch direkt die Shitbates von Salz. Hey, 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 hey. Ja, so, auch mal einen anderen Flame. Tut's dir eigentlich nichts. Eigentlich, Salzbett, du bist ja der Zweite von unten, oder? Nein. Du bist der Zweite von unten. Na, du bist der Zweite von unten. Na, du bist der Zweite von unten. Arme Wachen, Benno, Alter. Weißt du, alle, eigentlich, während ihr euch gegenseitig disst, ist der eigentlich nur den Wachen, wenn du weißt. Gott, ich wollte gerade sagen. Aber ich mache gar nichts. Junge, der sitzt zu Hause und sitzt immer zu weinen, ey. Ich wollte eigentlich nur Counter-Strike spielen, weißt du. Ja, wir können ja später noch Counter-Strike spielen. Wir sind ja vier. Ja, können wir ja machen. Ja, unbedingt. CS Aftermath. Junge, der Salzbett, der hat bestimmt Bock. Ey, ich bin so lange gar nicht online, ich muss ins Bett, so, und du weißt. Okay. Das ist jetzt eine Scheiße, du hast nur Angst, dass es am Ende wieder auf so ein 2v2-internes Wingman zurückläuft und ich dich wieder so ficke wie letztes Mal. Ficke. War aber einfach mal alles angespuckt, aber er hat richtig gefühlt. Ja, er wischt gerade den Bildschirm, deswegen ist er jetzt so ruhig. Ja, mit dem Ärmel-Dingem. Angst, Potter? Ja, ja. Die Ameisen. Was? Ein fleißiges Völkchen. Geht so. Und sie haben eine Königin. Die tragen nix im Bundeshaushalt bei. Die Bienen. Ja, ja. Die Bienen. Ein fleißiges Völkchen. Und sie haben eine Königin. Genau wie die Ameisen. Bin ich hier gelandet, Alter? Seid ihr, du sollst das Zeug nur konfiszieren, Junge. Du sollst ja nicht nur nehmen. Kapthagonen-Ballada war ganz gut, muss ich sagen. Ihr habt keine Ahnung, was Kapthagonen ist? Nein. Ich lebe das nur. Ich kenne das aber nicht. Soll ich davon Ahnung haben? Das ist besser oder schlechter, wenn ich davon keine Ahnung habe. Komm ganz drauf an. Waren das unsere Laser? Ja. Nö, Digga. Wer spielt Laser-Milbyster? Haha, ja. Klar, Hater wieder, ne? Oh, sorry. Ja, ja, war nur noch eine Frage. Guck doch auf dein Fahrrad, Junge. Ich guck dir auch nicht woanders hin, hier, ey. Auf die Titten. Was? Also, ich hab's auf dem Zweitbildschirm noch offen, so ist es nicht. Die Titten? Au, 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 au. Nee, eher den unteren Bereich. Junge, der Kurt-Mars hat sich ficken lassen. Das war ein Schildes. So, jetzt mach nochmal, jetzt geh nochmal gegen mich. Waren wir den Unterwarn? Ja, ja, ja. Ja, jetzt wachen, wenn du zu Tode coachen, so wie du es mal bei mir machst, ey. Das will ich sehen und hören. Ich mach Dreiecke immer, ne? Alter, ich coach dich, als würde ich mein Kind der Fahrradfahren beibringen, Digga. Ach, du Scheiß in den Armen. Ich kann mich hier nicht runterbauen. Wie soll das funktionieren? Ja, lass das lieber. Ich hab' mir Schütz sonst nach vorne. Ja, das krieg ich schon hin. Warte. Vertrauen, Bruder. Trust. Ach, du Scheiß. Das wird nix. Nee, lass das lieber. Lass das wirklich. Alles bricht ab. Ja, aber wie soll das denn funktionieren? Lieber Damage Output. Du musst ein bisschen bridgen. Servergrüße. Was fokussen, Salz, hier eigentlich? Ich weiß überhaupt nicht, wie, was ich hier... Was, was mach ich? Wie bridge hier? Sollen wir was zusammen fokussen, damit wir überhaupt ne Chance haben? Ja, wir müssen was fokussen. Ja, lass mal was fokussen jetzt. Sag mal, sag mal was. Also ich könnte zum Beispiel auf Second Top. Ja, dann lass auf Second Top. Ja, Second Top. Auf den Kern. Auf den Kern. Hey! Ja, wo war jetzt der Schrapnel? Perfekter Hit. Schrechter Hit. Schade. Fabo wieder am Schmeißen, ey. Tut mir doch leid. Also, geht's so. Was war jetzt dieses Schrapnel? Oh nein, hab ich gar nicht gesehen. Irgendwelche Waffen haben Schrapnel bei Buster, oder? Nuke und Howies. Ach, nur die beiden. Nein, noch was. Aber ich weiß nicht mehr was. Äh. Da gab's doch so'n Screamer, der hat doch so'n Video gemacht da drüber, oder? Ne. Okay. Decke, Schütze, Mörser und Raketen. Auch ne. Mörser, Digger. Decke, Schütze vor allem. Ja, die sind wichtig. Ich werd' beschossen! Ja. Oh, der Wachen, Benno, den hat's gerissen. Catch, catch, catch. Catch. Hä? Ach, das ist ne... Ach, da ist ne... Das ist Vordergrund, Alter. What the fuck? Aber jetzt versteh' ich die Windturbinen auch hinten. Weil jetzt haben die halt 100 Prozent, wenn der Mate die übernimmt. So. Ich hab'n bisschen... Das ist eigentlich krass, also. Ist krass, oder? Das ist eigentlich krass, oder? Ja, nein. Wo schießt denn hin, Mann? Hallo? Näh, mein Fabo. Wieso denn ich? Hallo? Ich dachte mir jetzt... Echt mal Fabo, du hör' mal. Hab' ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Boah, wo fang' ich da an, ey? Das... Ich hätte auch einfach... Ich, ich, ich... Vielleicht beim Offensichtlichen. Das weiß ich nicht, weil du da Spaß dran hast am Vordergrund, das ist ja wie jeder Mensch. Ich glaub' ich spinne! Mann, ich will doch... Mann, kann ich spinnen. Ey, der... Wir sollten mal ein Schild einziehen, der... Ich hab'... Ah, okay. Deswegen kann ich kein... Oh, ja! Du hast Neib? Nein, jetzt fällt aber nicht runter! Das gibt's doch nicht. Doch, jetzt! Ja, da ist nix drin, oder? Ne. Da war nix drin. Da ist gar nix drin. Schweinescheiße! Schweinescheiße! Ist das jetzt sehr spezifisch? Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Mh... Salzwerk jetzt runterrauen! Salzwerk, Salzwerk runterbauen! Weniger Talken, mehr bauen! Boah, jetzt, jetzt Salzwerk coachen, bitte! Ich höre die Maus klicken, weil jeder strebe! Ich höre die Zunge schlabbern vor allen Dingen! Boah, Alter! Ich bin so hart am schlabbern, das glauben sie gar nicht! Der Bart ist echt ganz so sauber, Junge! Noch nicht so sauber gewesen! Was baut denn da? Oh, scheiße! Hier ist nicht so geil! Kannst du unten Swarms reinbauen, oder so? Das hab ich vorher, aber die Tech baut noch! Gegen die, gegen die Laser! In den Wood Spam! Und, und generell! Und überhaupt! Kommt da auf einmal Laser noch auf mich zu, ey! Ja! Leben ist nicht immer einfach! Nein! Er schießt mit Tab E! Och, und er holt den auch noch damit! Und das... Das reicht schon wieder nicht, das kann doch nicht sein! Ja, du hast die Top-Ding runter geschossen, Alter! Wie hat das das Schild kaputt gemacht? Bitte sehr! Fragezeichen! Na, Bitsche! Ich hab das Gefühl, dass sehr viel, wogegen du ankommen muss! Was meinst du? Okay! So 50 Cannons und ein paar Laser! So 50 Cannons und ein paar Laser! Nerven sie jetzt mal nicht! Ah! Semenya! Labanizzi! Wawa! Da wär jetzt Platz für Swarms! Ganz schön ist kaputt! Du hast dann noch in den Spam! Denk ab! Das sind aber auch Hits, ey! Wir haben auf jeden Fall Zielwasser getrunken! Das reicht doch! Wir haben ja so viel Zielwasser getrunken, ne! Ich kann das halt auch nicht nachbauen gerade! Kein Metall! Wir sind so hydriert! Keiner hat einen Augenplatz, ey! Das ist schon eine Degrassi... Also wie nennt man das? Ich weiß auch nicht, was du sagen würdest! Das hast du auch nicht verstanden! Degrassi-Räuge, war klar! Wenn ne Rasenmäher kommt! Luft dich hier! Loft! Schieß dir genau durchs Fort! Zero Damage im Prinzip! Bei dir brennt ein bisschen! Oh! Da! Jetzt noch Shit-Talk, warum waren wir? Nur hier haben wir alles! Ja das... Jungs... Ich will ja keine Hoffnung machen! Schießen geht auch noch! Eine Salbe! Eine Salbe! Guck mal! Abgeräumt, den Lachs! Schießen sie! Ey man, hallo! Ich will da nur eine Salbe noch sehen! Jetzt im Runterfallen! Wollen wir selber in den Grau schießen! Was hat denn das Team gemacht eigentlich? Und auf dem rechten Bildschirm seh ich Pimmel! Achso! Ja ganz ruhig, das machen wir jetzt alles besser auf dem nächsten Mal! Man muss ja mal einen Pimmel sehen! Ja! Ja! Also... Ja! Oh! Vielen Dank.